Das muss seinem Ruf gerecht werden, aber Oh Gott, du wirst gerade bei diesem komischen Labyrinth bei, äh, das ist nicht gut, nein, nein, gar nicht Ja, da musst du dich aber wirklich auch rein, da oben konzentrieren und nichts was anderes machen, das wird sonst ewig dauernd da oben Pokémon studiert, der Stufe von Pokémon steht ein an der Statue Ich hab's zumindest probiert, aber ich krieg's halt immer noch nicht so gut hin wie die anderen Das ist doch nicht für ihn Genau, jemand schreibt's auch gerade, wie ich schon gesagt habe, in dem Haus, neben dem Pokémon Center, das ist genau der Ich wollte es doch Jeeey Du brauchst eine Angel für ein Wasser-Pokémon Ja Eine selten Ehre Ja, wirklich Wer ist der Co-Kommentierer? Hm Ich spreche wieder, hol meine Gags sehr ungern, aber ich bin nicht gut mit mir Na, äh, äh Hä, Echse, du Stimme ist weg, sagt jemand Äh, wir haben technische Schwierigkeiten, es geht weiter nach dem Piepton Ja Ihr bist ja bei mir weg, Leute Gleich wird es doch wieder kommen Ah, hört mich jetzt wieder jeder Ich denke, ja, also ich hab nen Ausschlag zumindest Ja, also ich hör dich zumindest wieder Okay, aber hier ist nix, neben dem Pokémon Center, da war nix Du warst vorhin auf jeden Fall in nem Haus drin, wo nur ein... Ja, es war aber ein kleines Haus und das war nicht neben dem Pokémon Center, das war neben dem Markt Das ist doch sehr verwirrend Das ist doch sehr verwirrend Das muss aber da sein Ich bin mir hundertprozentig sicher Aber, aber, aber hier ist äh Angel Ich krieg hier nur ne Angel Ah Mist Übrigens, mein Hornlio lebt noch Was ist denn das für ein verkacktes Slimer? Verzeihung, aber das kann ich grad nicht ernst nehmen So, was ist mit dem hier? Gibt der mir Stärke? Sebeeren sind cool, nein Das geht doch gar nicht Ja, irgendwo ist da jetzt so der Wurm drin Ja, Hornlio ist schon drin, ja Ja, und Attacke von Slimer geht daneben Attacke von Hornlio geht daneben Ich glaube, das wird jetzt noch ne Weile dauern Ah, was ist denn das? Soll ich hier gegen Slimer noch gewinnen, oder was? Ey, noch nen Slimer So, da wollen wir noch... Olivianna City Haus Ja, welches Haus? So, jetzt ist es weg Gehen wir doch einfach jedes Haus durch Das ist doch ne gute Beschäftigung Oh weia Ich war doch schon in jedem Ich war in dem hier Aber hab ich den angesprochen? Ich weiß nicht Ne, das ist Krabi Das ist Krabi Wird schon wissen, in welchem Haus das war Und das sah schön aus Das sah sehr krank aus Spani hatte dazu gesagt Das ist wirklich enttäuschend Ja, äh, der hier? Ne Also, ne Es muss Matrose sein Irgendeine Matrose oder Ja Irgendwer Kann Miltank zufällig Surfer lernen? Oder du hast es schon und weiß es nicht Nein, ich hab doch nachgeguckt Ah Ja Das ist es ja Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache Ich weiß, dass ich es nicht habe So, ich versuche jetzt zu mir einfach einen Mülltank zu fangen Es ist auf jeden Fall nicht da ne Stärke Stärke zu finden Bedummts Weib doch, aber ich konnte es einfach nicht mir nehmen lassen, das zu sagen Ja, ich merke schon Ja, Karpador Viel Spaß Ja, genau, Karpador setzt Platsche ein Also, jetzt kann ich eigentlich gegen Slimer gar nicht mehr gewinnen Hier braucht man einen Schlüssel Ich hab keinen Schlüssel Wo hab ich den jetzt übersehen? Oder bin ich hier noch falsch? Ähm, dort, du kommst du auch noch So, dort kommst du noch zu einer anderen Ebene, wo du den Schlüssel bekommst Jetzt bist du wahrscheinlich tatsächlich falsch Ohhhh Aber ich hab mich gut bis dahin geschlagen, ne? Aber es gibt halt noch ein anderes Stockwerk, da müsste ja noch eine Treppe weg sein Juhu So, Karpador setzt Platscher ein Oh, das ist die Karte, ja Das ist aber die Stärke Ich muss noch weiter nach unten Platscher von Karpador wurde blockiert Was? Es hat 2,2, nein Nein Oh, das ist so gut Ihr habt hier gerade die einzige Stärke die du hast blockiert Oh, Mann Ich hab nichts gebracht Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Ich komm nicht weiter Oder gab's Oder gab's das hier Am Ende Ganz oben Also, Leute Das wird Ganz ehrlich Also, ich will das jetzt wissen Halt nach einem Matrosen ausschauen Ja, welchem Ja, nach einem Matrosen Ja, welchem Wo? Genau Ja Ich 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 seh's kommen Das ist ja schon so eine Grundsatzsache hier Das Dass man nicht mal Was hab ich denn hier eigentlich? Ich hab'n Mogelbaum Modeltraum Fukan Ich hab' nicht mehr plan' nichts darum Stärke zu bekommen Ja Äh Der ist aber auch nicht Ich werd' jetzt Delney genannt Normalerweise bin ich auf Herr Hase Aber wir können heute auch mal damit vorlieb nehmen Radikal kann bestimmt kein Surfer sein, oder? Man kann ja ruhig viele Namen geben, das bin ich schon gewohnt Oh Stimmt Aber jetzt mal ernsthaft, das geht doch nicht Ich muss doch irgendwo Stärke herkriegen Tja Aber ich glaube es ist nicht von da Das ist es ja Äh Ich würde jetzt wirklich einfach mal sagen Wo hast du denn nachgeschlagen, wo dieser Typ ist, der dir Stärke gibt in Pokémon Silber und Gold Ja Ja, es stand halt wirklich nur Olivia in der City da, aber ich weiß nicht Dann such' einen anderen Guide Hier, Pokémon Gold VVM Stärke Da haben wir doch gerade, äh, YouTube So, dann schauen wir doch mal Oh mein Oh mein Oh mein Nein, nein, die geben mir das alles auch nicht Ich, ich bin mir da ziemlich sicher Es muss irgendeine Matrose sein, also Ja, es mag sein, dass das eine Matrose ist, aber Wer gibt einem denn Stärke? Wer ist innerhalb der zwei Jahre, die du nicht gespielt hast, aus der Stadt gezogen? Ja, wahrscheinlich Und ich, 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 ich mach's mal gerade ganz einfach Jetzt, jetzt habe ich die Möglichkeit nach dem mehr oder weniger zu suchen, so Aber der wird's doch nicht sein, der, der einfach so rumsteht Nein, der erzählt nur über den Leuchtturm, glaub' ich Aber, ich mein, hä? Also ich war, nee, in der Arena wird er auch nicht sein Warte mal, so, da ist es auch nicht Ja, der ist da, da, wo, wo, wo ist das Haus, wo ist jetzt das Haus? Welches Haus? Ich, ich such' ja gerade wo Es ist, also da ist beim Pokémon Center, so Ja Dann geht der in das Haus daneben Und da ist da eine Matrose in dem Lokal Moment Ja, geh' mal da rein Und dann der, der Matrose da, das hab' ich dir auch gesagt Der einzige, ja, aber den hab' ich schon tausendmal Das ist der, aber wirklich Moment Ich hab's ja gerade eben im Video gesehen Aber guck' mal, ich hab' Ja 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 Ich fass' es nicht Ich sag' die ganze, ich sag' auch noch, wahrscheinlich wirst du schon Was konnte ich denn denn wissen, dass das Du hast doch den einen Paar sogar noch Stärke und Schwäche genannt Ich hab' mir doch gesagt, irgendwas muss doch damit sein Okay, also Also ich merke schon, ich sollte mal vielleicht ab und zu mal weiter runter scrollen Und auf mich hören Und auf mich hören Nein, nicht schneiden, wofa Oh, jetzt Gut Jetzt war ich richtig blöd So die völlige Ärzte Oh Mann Ah, das gibt's doch nicht Aber wenigstens haben wir jetzt, äh, Stärke Wir haben jetzt nicht Stärke, wir haben's schon die ganze Zeit gehabt, aber ja ich weiß Ja, wir haben jetzt auch Wir können jetzt auch Stärke einsetzen Ach ja Oh wei Okay Also, ne ja, das Pokémon halt Eck, du sendst Drachenboot ein Ja Okay, hier muss ich also irgendwo lang Damit ich den Äh Schwupp Ich versuche jetzt auch mal mit, äh, Grün weiterzukommen Tralalala Schnell, schnell, schnell Oh Tornupto Paralyse gegen Anton Gegen Anton Ja, genau Äh, ich kann aus Trainerkämpfen nicht fliehen, ich weiß Sag mir das bitte nicht So, muss ich hier irgendwo lang? Ich muss hier unten lang So, erstmal So, erstmal Nein, ich kann aus Trainerkämpfen nicht fliehen, ja, aber ich will Surfer einsetzen erstmal Und dahin kommen So, ähm Ähm Langsam wieder die Besinnung kriegen Wäre gut Ich setz Drachenboot ein, ja Das tue ich, und nein, ich benutze nicht Wario, Wario ist leider erst Level 10 Das ist nicht hoch genug gelevelt Oh, neues Level Jaaaa Den Bausa, Bauschu Stimmt Jetzt wo sich jemand gesagt hat, siehst du mich die ganze Zeit so aus, ja Jaaaa Nach dem Kampf geben die Jungs, was, die Jungs sind immer Items? Ja Hat sie gerade gesagt, die Jungs geben immer Items? Gib mir die Nummer, eigentlich will ich ja nicht, aber ich will auch Schlitzer einsetzen Und ich will lustige Telefongespräche Ich will keine lustigen Telefongespräche Ah, lustige Telefongespräche, so, hören wir mal, was Julian zu sagen hat Nein Oh, er ruft gerade echt an, ich glaube es nicht Ja, ja Tag, Gold Julian, ja Kein Raufi gepflettet, aber mein Radfratz ist nämlich so krass Und tschüss Na gut Ähm Kindheitsfreund Klaren Mhm Mhm Jemand schickt Sternow in den Kampf So Los, Imperator Ähm Oh, sehr schön, simultan angegriffen gerade Ja So, 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 so Tomato mit Blut So, jetzt komm ich hier auch raus Ach man, das ist gemein Ach man, das ist gemein Jetzt blockiert ihr dir sogar noch den Weg, okay, ich kann sogar planen, der hat Pantymus Nein, ich will kein Wachstum lernen Nein, ich will kein Wachstum lernen Hat du was auf Level 1920 Ja Ja, siehste, ich wusste es nicht Ja, alter 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 In Star Wars Level 19 und dem Remake im Level angepasst Mhm Ja, siehst du mal, das kann ich sogar wirklich tropfen damit Ja, das mit dem Level angepasst, das, darüber, das, das, das glaube ich dir erst, wenn ich den sehe in dem anderen Ja, stimmt, da kommst du ja noch hin Ja, stimmt, da kommst du ja noch hin Oder, oder, oder du hast den schon Da komm ich noch vorbei und Eventuell Hab ich den dann noch nicht besiegt So Streber Dario hab ich besiegt Äh, Aua, eine Kernschmelze So, und hier ist der Typ mit dem Jo, das ist er Jo Ich werde dir den Liftöffner niemals geben Johohoho Stimmt sogar, ihr hätt ihn ja fallen lassen Also eigentlich hat er nicht gerecht Ja Er lügt jedenfalls nicht Racky Ja Da heißt der Rocket Rüppel, ne, oder nur Rüppel Äh, Rocket Rüppel Wenn ich mich nicht irre Ich spiel doch schon Was spiel doch noch? Simultaler Zuschauer und Tee Was? Ey, hast du das gesehen? In grün Ich hab grad einfach nur was gedrückt, um weiterzukommen Und hab dann plötzlich Also ich hab A gedrückt und auf einmal Bam, Trank gefunden Ja, da gibt's ein paar versteckte Eintipps, die Leute da rum, äh, liegen lassen haben Ah So, was ist jetzt Scho und T, wenn's schon Thumbnail ist? Was? Ja Ja Scho und Tee ist Thumbnail? Steht da Wo? Weiß ich auch nicht Scho und Tee so irgendwo einem Thumbnail sein Hm, keine Ahnung was damit gemeint ist Naja So, Moment, ich werd mal versuchen hier noch in Prismania City schnell in ein Pokémon Center zu gehen Dübdi düb Und dann besiege ich einen Zubat mit Blut Das ist mir auch sehr schön Gebt mir deine Nummer, wir können Professor Eich reden Ja, jetzt kannst du schön immer über Professor Eich reden Ja, wer will das nicht? Ich meine, äh In Klasse Momenten bleibt mir nicht viel Zeit für Puchmund Aber über Professor Eich zu reden, dafür haben wir Zeit Ach so, ich soll simultan noch, äh, 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 Dings spielen Scho und Tee Ja Aber warum ist es im Thumbnail? Jetzt, das war ja die Frage Wo ist denn das Thumbnail mit Scho und Tee? Oder ist das vielleicht noch, weil, weil die letzte Aufnahme damit zu Ende ging Deswegen, wahrscheinlich wird irgendein Bild eingeblendet, was nicht mehr aktuell ist Ja Mist, ich habe den Liftöffner verloren Oh, wie gemein So, ich bin grad übrigens zweimal, äh, hab zweimal meine Pokémon geheilt Und